Hallo Kinder, ratet mal wer hier ist. Ja, ich bin's, Bob. Kommt mit zur Lernstraße mit Bob. Hallo Kinder, ich bin Bob die Bahn, euer DJ und Gastgeber. Willkommen zu unserer Phonix Show. Die Teilnehmer in dieser Show sind die Buchstaben des Alphabets. Ist das nicht cool? Sie werden singen, tanzen und uns Klänge beibringen, die mit den Buchstaben beginnen. Und jetzt ein großes Hallo und Willkommen an unsere wunderbaren Preisrichter. Seid ihr bereit, Preisrichter? Ja, Bob. Ich bitte um einen rauschenden Beifall für Mr. R. Mr. R hat recht. Mr. R hat recht. R. 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 Recht. R. 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 Recht. Ein R. 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 Rabbit hat ne lustige Gewohnheit. Es hüpft und springt den ganzen Tag. Es hüpft und springt so viel es mag. Ein R. 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 Und versteckt sich vor der Katze. Käse essen macht fett, diese kugelrunde Ratte. Schaut wie schön dieser Regenbogen. Er hat sieben Farben, wusstet ihr das? Violett, Indigo, Blau, Grün, Rot, Orange, Gelb. Das sind die sieben Regenbogenfarben. Eine kleine, hübsche Rose riech ich mit meiner Nase. Mit scharfen Dornen kann sie stechen. Die Rose brüht im Frühling. Eine Rose ist oft rohrot, wächst im Gartenbeet. Rote Äpfel, rote Erdbeeren, rot ist die Farbe der Kirschen. In einer Rakete steigst du hoch. Siehst das Universum und noch mehr, ne Rakete mit Flosse und Nase. Ein Roboter ist eine Maschine, so wie die auf dem Bildschirm. Er kann fast alles tun. Er kann sogar singen für uns. Was für ein tolles Lied. Jetzt ist es Zeit für den Abschied. Richter, was meint ihr dazu? Ist Mr. R nicht einfach gut? Riesig, riskant, raffiniert, rock'n. Danke an Mr. R und die tollen Richter. Wir sind bald wieder hier, um den süßen Klang anderer Buchstaben des Alphabets zu hören. Bis dann. Adios. Hey Kinder, seht euch dieses Video nochmal an und zählt die Worte, die mit den Buchstaben dieser Episode beginnen. Vergesst nicht, die Antwort in der Kommentarrubrik weiter unten einzutragen. Danke.